Willkommen zur Panzerung Russlands 5. In dieser Folge erzähle ich euch über den Nachfolger vom BT-5, den BT-7 Panzer und wie es dazu kam, dass dieser weiterentwickelt wurde zum T-34. Los geht's. Nun zunächst muss man erwähnen, dass von BT-7 Panzer mehr produziert wurden als von seinen Vorgängern BT-2 und BT-5. Darüber hinaus war die 7 technologisch am weitesten fortgeschritten und hatte die höchste Zuverlässigkeit. Die 1935 geschaffene BT-7 war 10 Jahre lang im Einsatz. Der Panzer begann seinen Kampfweg 1938 im fernen Osten und endete 1945 am selben Ort an der Ortsgrenze Russlands, nachdem er zwei richtige Kriege und drei bewaffnete Konflikte durchlaufen hatte. Die Entwicklung Im Januar 1933 erhielt das Harikower Werk Nummer 183 den Auftrag, eine neue Maschine zu entwickeln. Der Einbau einer 76,2 mm Kanone und des M17 Motors sollte in der neuen Maschine vollführt werden, ohne große Änderungen an der Konstruktion und Produktionsverlangsamung zu vermeiden. Der M17 Motor war ein Lizenz nach Bau des BMW 6 Motors. Mehr dazu etwas später. Das erste Muster des Panzers aus Nicht-Panzerstahl mit einer 76 mm Kanone wurde am 1. Mai 1934 hergestellt. Das zweite Muster mit einer 45 mm Kanone am 7. November Das neue Kampffahrzeug erhielt den Index BT-7. Es unterschied sich vor allem durch eine neuartige Turmform und ein Mg in der Wanne. Die 76 mm Kanone hatte Richtwinkel von minus 8 bis plus 25 Grad, also nach oben plus 25, nach unten minus 8 Grad konnte man die Kanone richten. Der Turm ging jedoch nicht in die Serie. Die meisten Konstrukteure waren damit beschäftigt, den BT-2 Dieselmotor und den M17 Flugzeugmotor für den BT-7 Panzer zu adaptieren. Also kam bei dem BT-7 der angepasste Motor M17 zum Einsatz, der ein Lizenz nach Bau eben dieses bereits erwähnten BMW 6 Motors war. Wer also mehr über diesen Motor erfahren will, wie kam es dazu, dass Deutschland Motoren an die Sowjetunion verkauft hat und warum haben die Deutschen den Motor nicht in den Panzer eingebaut? Also wer mehr über diesen Motor wissen will, gleich Daumen hoch setzen und ein Kommentar schreiben. Für den Einbau in den Panzer wurde die Leistung des Motors von 680 auf 400 PS reduziert, um so mit weniger Drehzahl eine höhere Lebensdauer zu erzielen. Da der Panzer bisher auch mit 400 PS sehr gut motorisiert war, war die Leistung vollkommen ausreichend. Der neue Motor bekam den Zusatz T für Tank und hieß nun M17T. Die Wanne des BT-7 wurde nun geschweißt, vorher genietet. Die Teile, die früher gegossen wurden, wurden nun gepresst, was ihnen eine bessere Passgenauigkeit, Festigkeit und Gewichtsersparnis brachte. Das Fahrwerk verwendete neue Ketten mit kürzeren Kettengliedern. Die Serienfertigung des BT-7 Zeichnungen für die Serienproduktion des Panzers BT-7 wurden ausgearbeitet und in der zweiten Hälfte 1935 an die Fertigungsstätten des Werks übergeben. Die Bewaffnung wurde jedoch die gleiche, die 45mm 20k Kanone belassen, da das Problem der Wahl eines Einheitsturms für die Installation der 76mm Kanone PS-3 auf BT-7 und T-26 Panzer nicht endgültig gelöst wurde. Also der Plan war, diese 76mm Kanone in einen Turm einzubauen, der Turm sollte für BT-Panzer und für die T-26 Panzer passen. Und das wurde eben nicht gelöst, deswegen wurde mit der Kanone 45mm erstmal weiter produziert. Bis Ende 1935 wurden nur 240 normale und 260 BT-7 Panzer mit einem Funkgerät hergestellt. Also normale sind ohne Funkgerät. Insgesamt also 500 Maschinen. Es stellte sich heraus, dass der neue M17T Motor mehr Drehmoment als der vorher benutzte M5 hatte und nach kurzer Zeit das Getriebe zerlegte. Im Juni 1936 erhielt die Rote Armee bereits 687 BT-7 Panzer. Nur die ersten 500 Kilometer verliefen dabei schadenfrei. Danach war das Getriebe im Heimer. Es wurde dringend an der Konstruktion eines verstärkten Getriebes gearbeitet. Nach verschiedenen Tests wurde ein Drei-Gang-Getriebe ausgewählt. Bei allen BT-7 Panzern wurde das Getriebe bei der Truppe ausgetauscht im Laufe der Jahre 1937-1938. Für die Auslieferung an die Armee dieser defekter Kampffahrzeuge ohne ein angepasstes Getriebe wurde eine ganze Gruppe von Konstrukteuren verdächtigt, absichtlich Schaden verursacht zu haben und wurden entsprechend verhaftet. Denn das war Schädigung von Staatseigentum in großen Umfängen. Ein Panzer hat damals gekostet, so ungefähr wie ein Panzer heute in Äquivalent. Und das waren schon enorme Summen. Also musste geprüft werden, ob sie nicht mit Absicht das Ganze gemacht haben, die Konstrukteure. Sie wurden als Schädlinge bezeichnet und Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, um festzustellen, ob diese Schädigung der staatlichen Sachwerte mit Absicht erfolgte. In diesem Fall konnte also auch keine Absicht nachgewiesen werden und sie wurden freigelassen. Die Repressionen wurden vor allem vom Volkskommissar Jehoff geleitet damals und sind unter seiner Leitung stark ausgeartet, auch viele Unschuldige dabei zu Schaden gekommen. Aber nachdem man Jehoff 1939 des Machtmissbrauchs verdächtigt hatte und verhaftet, wurden die Konstrukteure auch freigelassen und der Volkskommissar Jehoff wurde durch Volkskommissar Beria ersetzt. Zu den Repressionen sind auch zwar immer noch nicht alle Akten in den Archiven offen, jedoch gibt es ganz viele neue Forschungsarbeiten zu dem Thema, wie das dazu gekommen ist und wie es so ausarten konnte und so weiter. Hier so ein kleines Beispiel, aber es gibt noch sehr viel mehr Informationen dazu. Wenn ihr also noch weitere Verbreitung des Themas wollt, dann Daumen hoch und Kommentar, dann sehe ich das. Falls nicht, dann sehe ich, dass kein Interesse besteht. So, weiter. Übrigens wurden die Panzerentwickler in Deutschland mit dem gleichen Problem konfrontiert, als sie versuchten Flugzeugmotoren für Panzer zu nutzen. Diese Motoren hatten alle zu viel Drehmoment, was das Getriebe stark beansprucht. Also musste das Getriebe größer ausgelegt werden. Und das war ein Problem, weil du brauchst ja einen Platz im Panzer und wird das Getriebe auch unnötig teuer. Deswegen wurden spezielle Panzermotoren entwickelt in Deutschland mit größeren Drehzahlen, also höhere Drehzahlen und weniger Drehmoment. Und dafür hatten die Getriebe eine höhere Anzahl an Gängen. So erreichte der im Panzerkampfantiger eingesetzte HL 230 Maybach Motor 1810 Newtonmeter und das beim Panzer von 56 Tonnen Gewicht. Der BT-7 Motor erreichte 2244 Newtonmeter und das in einem leichten Panzer. Die Verbesserungen der BT-7 Um den Schutz zu verbessern, wurde Anfang 1937 ein neuer Turm entwickelt. Er hatte eine konische Form mit einem Neigungswinkel der Seiten von 15 Grad. Am Turmheck wurde ein MG vorgesehen, das aber später wieder verworfen wurde. Das Fahrwerk und Getriebe nochmal verstärkt und eine neue, kleingliederige Rekette eingeführt. 1934 wurde vom Ingenieur Pavlov ein vertikal stabilisiertes Visier entwickelt. Drei Panzer bekamen diesen Visier, testweise. Es wurde aus der Fahrt auf eine 10x10 Meter große Stalltafel aus 1000 Meter geschossen. Die Trefferquote erreichte bis zu 66%. Ohne das Visier wurden maximal 33% erzielt. Das Visier wurde in den Dienst gestellt und es wurde geplant, 450 Panzer damit auszustatten. Allerdings ohne jetzt eine Info, wie viele tatsächlich und ob ihr überhaupt irgendwelche Panzer dieses Visier bekamen. 1938 wurde die 45mm 20k Kanone verbessert. Das Panzer brechende Geschoss mit einer Masse von 1,4 Kilogramm erreichte jetzt eine Anfangsgeschwindigkeit von 760 Meter pro Sekunde und müsste theoretisch 61mm Panzerstall bei 90 Grad Winkel aus einer Entfernung von 500 Metern durchschlagen. In der Praxis wurde das seltener erreicht, wegen der schlechten Qualität der Granaten, vor allem aus der Produktion der Kriegsjahre. Die Produktion der BT-7-Panzer wurde bis 1939 fortgesetzt. In dieser Zeit wurden 2596 normale und 2017 mit Funkgeräten bestückte BT-7-Panzer produziert. Das bedeutet, nicht einmal die Hälfte aller BT-7-Panzer hatten ein Funkgerät erhalten. Ein Teil der Panzer bekam ab Oktober 1935 eine 76,2mm Kanone. Diese Panzer wurden BT-7A genannt. A stand für Artillerie. Es wurden 76mm Kanonen verschiedener Modelle, also L-10 Kanone, F-32 Kanone und die KT-26 Kanone verwendet und diese Kanonen wurden auf ca. 150 Maschinen verbaut. 1935 begannen die Arbeiten zur Anpassung des Dieselmotors BD-2 an den BT-Panzer. Der Motor wurde in Harkower Werk entwickelt. Bezeichnung BD bedeutet Bustrachodny Diesel, also schnell laufender Diesel. Nach der Beseitigung aller Mängel wurde der Motor mit einer Leistung von 500 PS in W2 umbenannt und 1939 zum Einbau in den BT-7 empfohlen. Bei Interesse an der Geschichte von diesem Motor, Daumen hoch, Kommentar, dann sehe ich das, weiß ich Bescheid. Dieselvarianten des Panzers bekamen die Bezeichnung BT-7M für modernisiert oder werksintern BT-8. Bis 1940 wurden 788 dieser Maschinen produziert. Seine Masse wuchs bis auf 14,7 Tonnen. Die Bewaffnung blieb gleich. Die Produktion lief stellenweise parallel mit dem T-34. Der Panzer hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 62 kmh auf Ketten und 86 auf Rädern. Wegen der gestiegenen Masse versagten jedoch die Gummireifen beim Fahren und auf Rädern im höchsten Gang nach ca. 50 bis 100 km, weshalb empfohlen wurde, den Panzer nur noch auf Ketten zu betreiben. Heute sind 5 erhaltene BT-7-Panzer bekannt. Bereits 1936 im Spanischen Bürgerkrieg wurde festgestellt, dass kleine, leichte, schnell feuernde Panzerabwehrkanonen mit Kalibern 20 bis 37 mm bereits sehr stark in den Armeen verbreitet sind und mit Leichtigkeit eine hohe Menge von Panzern ausschalten können, da deren Panzerung nur gegen Handfeuerwaffen schützt. Daher wurde versucht 1940 die BT-7-Panzer mit Zusatzpanzerplatten zu versehen, was aber nicht gelang. Die ersten Kampfeinsätze der BT-7 BT-7-Panzer erhielten ihre erste Feuertaufe während des sowjetisch-japanischen Konflikts in der Nähe des Hassan-Sees im August 1938. Das Aufklärungsbataillon der 2. mechanisierten Brigade wurde beauftragt, die Verteidigungsstellungen der Japaner zu durchbrechen und im Rücken der japanischen Truppen an den nordwestlichen Hängen der Hügel Bogomolnaia und Saosörnaia die Feuerstellungen zu zerstören. Doch der Angriff der 16 BT-7-Panzer am 6. August 1938 endete mit einem Misserfolg. Nachdem 14 BT-7-Panzer die Panzerabwehrfeuerzone mit hoher Geschwindigkeit überwunden hatten, blieben sie in einem Sumpfstecken. Nach erfolglosen Versuchen, die Maschinen herauszuziehen, nahmen die Besatzungen eine Rundumverteidigung auf, um die Einnahme der Panzer durch die Japaner zu verhindern. Dann griff die Infanterie an und die Panzerbesatzungen unterstützten diesen Angriff mit MG-Feuer. Am erfolgreichsten war der Einsatz von BT-7-Panzern bei den Kämpfen in der Nähe des Halkhin-Golfflusses im Juli-August 1939. Sie wurden zur Abwehr der japanischen Angriffe auf den sowjetischen Brückenkopf eingesetzt. In kleinen Gruppen zusammen mit der Infanterie. Dazu wurden Gräben für Panzer ausgehoben. Solange die Japaner nicht vorrückten, versteckten sich die Panzer hinter Hügeln, damit sie die Artillerie, die weit schießt, nicht ausschalten konnte. Und mit Beginn des Angriffs besetzten die Panzer vorbereitete Stellungen vorn nach vorn, um die vorrückenden Japaner zu bekämpfen. Die Panzer wurden ebenfalls als mobile Geschützstellungen verwendet. Oft nahmen die Panzer an Gegenangriffen teil, um die durchgebrochenen japanischen Truppen zurückzuschlagen. Dann gingen die sowjetisch-mongolischen Truppen in die Offensive über. Bis zum 27. August wurden japanische Truppen behackt und zurückgedrängt. Dabei wurden von 150 BT-7-Panzern ca. 43 verloren. Also grob ein Drittel. 17 von ihnen brannten aus. Also totaler Verlust irreparabel. Danach gingen die sowjet-mongolischen Truppen zurück auf die ursprünglichen Positionen. Die Hauptverluste der BT-7-Panzer waren auf das Feuer japanischer 37mm Panzerabwehrkanonen und 70mm Bataillonshaubitzen zurückzuführen. Der zweite Kampfeinsatz der BT-7 erfolgte beim Feldzug gegen Polen. Das wurde in der UdSSR Befreiungsfeldzug genannt, da es dabei um Westgebiete von Weißrussland und Ukraine ging, die beim sowjet-polnischen Krieg 1919 bis 1921 durch Polen erobert wurden. Die BT-7-Panzer agierten im Bestand des 15. mechanisierten Korps. Sie durchbrachen die Verteidigung der polnischen Grenzschutztruppen und begannen sich schnell vorwärts zu bewegen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Am 20. September näherten sich Einheiten des 15. Panzerkors dem südlichen Stadtrand von Grodno. Am 22. September wurde die Stadt eingenommen. Die Verluste des 15. Panzerkors in den Kämpfen um Grodno beliefen sich auf zwei verbrannte und zwölf abgeschossene Panzer. 58 Offiziere und 1477 polnische Soldaten wurden gefangen genommen. Bei der Verfolgung von polnischen Truppen liefen vier BT-7-Panzer auf Minen. Die Sowjets schickten dann eine Panzerbrigade in die heute litauische Stadt Vilnus, die damals von einem polnischen General eingenommen und gehalten wurde. Bei den Stadtgefechten wurden erfolgreich die BT-7a-Panzer eingesetzt. An der ukrainischen Front wurden auch große Erfolge erzielt, aber es gab auch kaum Widerstand von der polnischen Seite. Mit wenigen Eigenverlusten wurden viele Gefangene genommen und lange Vorstöße durchgeführt. Interessant wäre noch ein Gefecht in Limberg. Am 20. September 1939 zwischen der sowjetischen 24. Leichten Panzerbrigade und der deutschen 2. Gebirgsdivision Die heute ukrainische Stadt Limberg heißt Lwów, Lviv wurde damals von Polen beansprucht. Die sowjetische Brigade hatte über 200 BT-7-Panzer in Bestand. Nach einem 145 Kilometer Marsch am 19. September trat diese in Limberg ein und zerstörte dabei zwei Packstellungen. Entsprechend dem erhaltenen Befehl wurde am 20. September die Brigade aus der Stadt herausgeführt. Nur ein Aufklärungsbataillon blieb in der Stadt. Um 8.30 Uhr griffen plötzlich deutsche Einheiten an, die in der Stadt verbliebenen Panzer. Wahrscheinlich hielten sie diese für polnische Maschinen. Von der anderen Seite eröffneten polnische Einheiten das Feuer auf die sowjetischen Panzer. Die Sowjets hießten weiße Pfannen, doch das Feuer hörte nicht auf. Also feuerte man zurück. Im Endeffekt verlor das Aufklärungsbataillon einen BT-7-Panzer und vier gepanzerte Kfz BA-10. Drei Soldaten wurden getötet und vier verwundet. Die Deutschen verloren drei Panzerabwehrkanonen, zwei Offiziere und ein Unteroffizier wurde getötet und neun Soldaten verwundet. Danach kam es zu Verhandlungen und die Deutschen Truppen wurden vom Lienberg zurückgezogen. Im Winterkrieg gegen Finnland waren die BT-7 hauptsächlich im zehnten Panzerkorps konzentriert. Es führte die Offensive in Karelien ab dem 1. Dezember 1939 zunächst erfolgreich, blieb jedoch später in der sogenannten Mannerheim-Linie stecken und musste sich mit großen Verlusten zurückziehen. Nach dem Durchbruch der Mannerheim-Linie wurde das Chor am 13. Februar 1940 wieder eingesetzt, aber diesmal in kleineren Gruppen. Die Offensive verlief erfolgreich für die Sowjets und am 2. März wurde die zweite Stufe der Mannerheim-Linie durchbrochen. Die Panzer drangen immer weiter in das finnische Gebiet ein, bis am 13. März der Waffenstillstand in Kraft getreten ist. Der zweite Weltkrieg Teil 1 Nun, was für uns viel interessanter ist, wie sich die BT-7 im zweiten Weltkrieg geschlagen haben. Zum 1. Juni 1941 befanden sich 3.243 BT-7-Panzer in den westlichen Grenzbezirken der UdSSR. Ein Teil davon ist modernisiert worden. Die hartnäckigsten Schlachten in den ersten Kriegswochen entfalteten sich in nordwestlicher, westlicher und südwestlicher Richtung für die Sowjetunion. In der Operationszone der sowjetischen Nordwestfront begannen die Kämpfe am 22. Juni mit einem Schlag der gesamten deutschen Heeresgruppe Nord, der dritten Panzergruppe und Verbänden der linken Flanke der 9. Armee der Heeresgruppe Mitte, also insgesamt 40 Divisionen. In der ersten Staffel rückten 25 Divisionen vor, darunter sechs Panzerdivisionen. Die Hauptvorstoßrichtungen der Deutschen waren Xiaoliai und Vilnius. An der rechten Flanke der sowjetischen Nordwestfront rückten die 4. Panzergruppe als 41. und 56. motorisierte Korps und die 18. Armee der Deutschen gegen die Truppen der sowjetischen 8. Armee vor. Der Hauptschlag der 4. Panzergruppe drei Panzer und zwei Infanteriedivisionen fiel auf die Stellungen der 125. sowjetischen Schützendivision, die die Richtung Xiaolai abdeckte. Sie wurde zerschlagen und begann sich nach Osten zurückzuziehen. Die Vorausabteilungen der deutschen Panzerdivisionen eroberten Taurage am 22. Juni um 9 Uhr. An der linken Flanke der sowjetischen Nordwestfront wo sich die 11. Armee verteidigte war die Situation für die Sowjets nicht besser. In Richtung Vilnus schlugen die 3. Panzergruppe und ein Teil der 9. Armee der Deutschen zu. Gegen 5 sowjetische Schützenregimenter rückten 3 Panzer, eine motorisierte und 6 Infanteriedivisionen der Deutschen vor. Die sowjetischen Verbände konnten einen solchen Schlag nicht abwehren und begannen sich mit schweren Verlusten zurückzuziehen. Damit war die Verteidigung der Nordwestfront durchbrochen. Der Kommandeur der Nordwestfront General Oberst Kuznetsov beschloss die Kräfte des 12. und des 3. mechanisierten Korps einzusetzen um einen Gegenangriff auf den im Gebiet südwestlich von Siaulay zu starten. Die Entscheidung einen Gegenangriff durchzuführen war richtig berücksichtigte jedoch nicht die aktuelle Situation. Die Panzerdivisionen des Korps waren verstreut im Abstand zwischen 60 und 70 Kilometer voneinander entfernt und sollten aus verschiedenen Richtungen von ihren Positionen aus angreifen. Dabei waren sie unterschiedlich ausgestattet zum Beispiel hatte die 23. Panzerdivision 333 T26 Panzer die natürlich viel langsamer waren als die BT Panzer Die 28. Panzerdivision hatte 239 BT7 Panzer stammte aus der Gegend von Raudenay Dadurch waren die Verbände unterschiedlich mobil Anstatt eines konzentrierten Angriffs konnten so nur verstreute schwächere Angriffe gefahren werden und dementsprechend war auch der Effekt viel schwächer. Es blieb praktisch keine Zeit den Gegenangriff vorzubereiten was sich äußerst negativ auf die Organisation der Kampfhandlungen des Chors auswirkte. Auch die Aufklärung des Gebiets in der Offensivzone wurde vernachlässigt. Da das Gelände in der Offensivzone offen war und keine Tarnung für die Bewegung von Panzereinheiten bot, war es notwendig die Panzerdivision aus der Luft zu decken beim Marsch und auch während des Angriffs und auch danach. Es wurde jedoch nichts in diese Richtung unternommen. Bereits am 22. Juni wurde die Kolonne der 28. Panzerdivision dem ersten Luftangriff ausgesetzt, wodurch zehn Panzer verloren wurden. Die Kampfhandlungen begann die 28. Panzerdivision am Morgen des 23. Juni. Sie erreichte um zehn Uhr früh die Ausgangslinie, konnte jedoch nicht sofort in die Offensive gehen, da der Treibstoff ausgegangen war. Bis 15 Uhr stand die Division an dieser Linie und nahm erst nach der Lieferung von Treibstoff die Offensive wieder auf. Die vordersten Panzer des 55. Panzerregiments trafen die deutschen Einheiten bei Kaltinienay. Um 22 Uhr griff das Regiment die Einheiten der deutschen ersten Panzerdivision aus zwei Richtungen an. Eine Gruppe aus 17 Bt7 Panzer vernichteten bis zu zwei Kompanien Infanterie und etwa zehn Geschütze und drängten die Deutschen um etwa fünf Kilometer nach Süden ab. Die zweite Gruppe bestehend aus 23 Bt7 Panzern griff die Deutschen ebenfalls an und schnitt die Straße Kaltinienay Raisenay ab, wo sie eine Kompanie Kratz schützen vernichteten. Aber gleich zu Beginn der Schlacht gelang es den Deutschen mit einem Panzervorstoß zwei Bt7 und 3 T26 anzuzünden. Der Divisionskommandeur Oberst Tscherniakowski beschrieb das Gefecht so. Er versteckte sich mit seinem Bt7 im Gelände näherte sich den Deutschen Panzern. Vor ihm zerstörte ein Deutscher Panzer 4 einen anderen Bt7 aus etwa 800 Metern Entfernung. Der Panzer des Divisionskommandanten drehte den Turm und feuerte. Es war ein Abpraller. Dann fuhr er dem Deutschen Panzer in die Flanke und feuerte aus ca. 300 Metern. Deutscher Panzer fing Feuer. Gleichzeitig griff der Bt7 Panzer von Sergeant Carlo an, der sich ebenfalls im Gelände versteckte, zwei weitere Panzer 4 in die Seite an. Verbände der 28. Panzerdivision meldeten in dieser Schlacht am 23. Juni 14 abgeschossene deutsche Maschinen. Die Verluste alleine des 55. Panzerregiments beliefern sich auf 13 Panzer. Durch die deutschen Luftangriffe verlor die 28. Panzerdivision am 23. Juni weitere 27 Bt7 Panzer. Am 25. Juni griff die 28. Panzerdivision in Richtung Karklenai Polugue Ushventis an und wurde vom stärksten Feuer der deutschen Panzerabwehr und Feldartillerie empfangen. Ein Teil der Panzer des 55. und des 56. Panzerregiments brachen durch die deutschen Verteidigungslinien und zerstörten eine vorrückende Kolonne des 8. Motorisierten Regiments auf dem Marsch, wobei drei schwere und 14 Panzerabwehrkanonen zerstört wurden. Nach einer vierstündigen Schlacht meldeten die Panzerregimenter der 28. Panzerdivision die Vernichtung von bis zu zwei Infanteriebataillonen, sechs schweren und 24 Panzerabwehrkanonen, 450 deutsche Gefangene, mehrere Panzer und andere Ausrüstungsgegenstände erbeutet. Während dieser Schlacht wurden 48 BT-7 Panzer verloren. Sie steckten in einem Sumpffest oder wurden von deutscher Artillerie erledigt. An diesem Tag erlitt die 28. Panzerdivision die größten Verluste an Personal und Ausrüstung. 84 Panzer kehrten nicht zum Sammelplatz zurück. In der Schlacht wurden viele Kommandeure getötet. Am 25. Juni um 15 Uhr hatte die Division nur noch etwa 30 einsatzfähige Panzer. In der Zeit vom 22. Juni bis 7. Juli 1941 beliefen sich die Kampfverluste der 28. Panzerdivision auf 133 Panzer. Aus technischen Gründen fielen weitere 68 Fahrzeuge aus. Am 1. Juli 1941 hörte das 12. mechanisierte Korps praktisch auf zu existieren. Es hatte nur noch 35 Panzer, 22 Kanonen und etwa 600 Mann Personal. Ein nicht weniger tragisches Schicksal ereilte das erste mechanisierte Korps. Zu Beginn des Krieges umfasste das Korps unter anderem die erste und die dritte Panzerdivisionen. Das Schicksal der dritten Panzerdivision ist aussagekräftig und stellvertretend für die anderen. Es hatte 38 T28 Panzer 232 BT7 Panzer 68 T26 Panzer und 74 Panzerfahrzeuge BA10 und BA20. Doch bevor diese Division Feindberührung hatte, wurde sie vom Kommando auseinandergerissen. Einzelne Regimenter wurden rausgepickt und anderen Verbänden für verschiedene Operationen unterstellt. Am 4. Juli bekamen die zwei Panzerregimenter der Division die Aufgabe die Stadt Ostrov zurück zu erobern und das ohne Artillerie oder Infanterie Unterstützung. Dies gelangt sogar zunächst. Ohne Infanterie kann man aber keine Stadt halten. So haben sich die Regimenter aus Ostrov nach vielen Stunden Verteidigung wieder zurückgezogen. Am Morgen des 6. Juli blieben in der Division 1 T-28 40 BT-7 Panzer übrig und 2 KWs wurden am Vortag erhalten. Die BT-7 waren dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen, da die Truppen zum Zweiten Weltkrieg mit Panzerabwehr geschützten gesättigt wurden. Fehlende Funkgeräte beim Großteil der Maschinen und nicht ausreichende Beobachtungsmöglichkeiten aus dem Panzer spielten auch eine negative Rolle. Jedoch erlaubte ihm seine 45 Millimeter Waffe mit etwas Glück und Können die gegnerischen Panzer zu zerstören. So zum Beispiel am 23. Juni 1941 griff Leutnant Sovik vom 93. Panzer Regiment der 47. Panzerdivision mit seinem BT-7 siebenmal deutsche Stellungen an und zerstörte drei Panzer zwei Kfz drei Kanonen und bis zu 200 feindliche Infanterie. Am 25. Juni flankierte eine Gruppe des 9. Panzer Regiments aus der 5. Panzerdivision unter dem Kommando von Hauptmann Novikov die Deutschen in der Ortschaft Oshmani vom Westen. Die Gruppe hatte in ihrem Bestand vier BT-7 und sechs BA-10. In dieser Schlacht zerstörte Oberleutnant Vedenyev auf einem BT-7 fünf deutsche Panzer und vier Panzer Abwehrkanonen. Zwei Tage später befand sich ein BT-7 unter dem Kommando von Oberfeldwebel Naidin aus der gleichen fünften Panzerdivision in einem Hinterhalt. Als eine Kolonne von zwölf deutschen Panzern sich näherte, wurde das führende Fahrzeug in der Kolonne ausgeschaltet und dann das letzte. Die restlichen Panzer wurden so blockiert und der BT-7 konnte den restlichen zehn Panzer ausschalten, die ihn wahrscheinlich wegen dem Rauch brennender Maschinen nicht gesehen haben. Doch diese einzelnen kleinen Erfolge wurden von großen Niederlagen übertönt. So am 23. bis 25. Juni 1941 nahmen 250 BT-7 Panzer der Westfront des sechsten mechanisierten Kors am Gegenangriff der sowjetischen Truppen in der Region Grodno teil. Auch dieser Gegenangriff endete in einem Fiasko. Die Gründe waren die gleichen wie schon bei den anderen Niederlagen schlechte oder fehlende Aufklärung fehlende Artillerie und Infanterie Unterstützung sehr schlechter Nachschub an Sprit und Ersatz Teilen. Darüber könnt ihr detaillierter in dem Buch Dubno 1941 nachlesen. Dennoch wurde erbittert gekämpft und manchmal auch erfolgreich. So Mitte August 1941 wandte Oberst Czerniachowski in den Kämpfen um Novgorod auch erfolgreich die Methode der Hinterhalte an auch wenn das eher aus Not passierte. Am 15. August platzierte er seine letzte Reserve 5 BT7 Panzer am rückwärtigen Hang eines Hügels neben der Straße entlang welcher die Deutschen vorrückten. Als der Moment kam wurden die BT7 auf dem Hügel kam bewegt von wo sie in weniger als 10 Minuten zwei deutsche Fahrzeuge ausschalteten ohne Eigenverluste. Sehr viele Maschinen wurden unterwegs stehen gelassen. Die Verbände waren stark verstreut und mussten für einen konzentrierten Angriff bis zu 500 Kilometer zurücklegen. Dabei gab es viele technische Defekte und die Maschinen wurden stehen gelassen, da es keine Ersatzteile gab. Die Industrie lieferte ungefähr 30% der erforderlichen Ersatzteile. Die Gründe dafür lagen vermutlich in viel zu hohen Planstückzahlen für die Panzerproduktion, die die Fertigung kaum schaffte zu erfüllen. Hier wäre es vernünftiger etwas geringere Stückzahlen einzuplanen, aber dafür mehr Ersatzteile, mehr LKWs für die Logistik und auch freigewordene Ressourcen sollte man auch nutzen, um mehr Spielraum für Verbesserungen zu nutzen, wie Funkgeräte, mehr Beobachtungsmöglichkeiten aus dem Panzer vorzusehen. Als Beispiel können wir das 15. mechanisierte Chor ansehen, das zu einem großen Teil aus BT-Panzern bestand. Zwischen dem 22. Juni und dem 1. August hat das Chor über 1500 Kilometer Märsche zurückgelegt. Dabei war es ständig in die Kämpfe mit deutschen Truppen involviert. Für Inspektion und Wartung der Panzer Ersatzteile. In der 10. Panzerdivision des Chors waren am 22. 6. 1941 181 Panzer verfügbar, von denen nur 147 kampfbereit waren. In den Gefechten wurden 54 Panzer verloren. Aus verschiedenen Gründen wurden beim Rückzug 46 Maschinen zurückgelassen. Die meisten Panzer mit technischen Störungen könnte man leicht reparieren, wenn es Ersatzteile gäbe. Noch ein Beispiel. Verluste der BT-7 Panzer der 8. Panzerdivision des 4. mechanisierten Korps bis zum 1. Juli 1941 waren wie folgt. Von den 31 verfügbaren Panzern wurden zwei im Kampf abgeschossen, einer wurde verschollen, einer blieb in einem Sumpf stecken, zwölf wurden verlassen und von Besatzungen zerstört, drei wurden zu Panzer Reparaturwerken evakuiert und einer ging aus unbekannten Gründen verloren. Vom 7. bis 9. Juli 1941 nahmen BT-7 Panzer teil am Gegenangriff des 5. und 7. mechanisierten Korps nahe der Städte Senno und Lepell in Weißrussland. Es wurde dort sehr hart gekämpft. Im allerersten Gefecht in der Nähe von Czernogosti zerstörte das 28. Panzerregiment des 7. mechanisierten Korps der 14. Panzerdivision 56 Kanonen und ca. ein deutsches Infanterieregiment. Am 6. Juli 1941 als der Kommandeur des 27. Panzerregiments Major Romanowski seine BT-7 Panzer um die Dörfer Teplaki und Panarivo rumschickte und griff die Ortschaften Frontalen mit besser geschützten T-34 Panzern an. Die Schlacht dauerte mehr als eine Stunde und endete mit der vollständigen Niederlage der Deutschen. Deutsche Verluste betrogen acht Leichte und ein mittlerer Panzer und mehrere Geschütze. Die Eigenverluste des Regiments beliefen sich auf 5 BT-7 Panzer, die zusammen mit den Besatzungen ausbrannten. Da die Deutschen danach mit Luft- und Artillerie- und Infanterieunterstützung diese Erfolge zunichte machten, stiegen die Verluste der BT-7 und anderer Panzer wieder stark an. Auch bei der Verteidigung von Odessa leisteten die BT-7 Panzer ihren Beitrag. Die Panzer wurden im Berg mit vorhandenen Mitteln verstärkt. Es wurden zusätzlich 30 Millimeter dicke Bleche aus Schiffsstall an der Wanne und am Turm angeschweißt. Die Schottungen dienten als guter Schutz gegen das Feuer der rumänischen Geschütze. Bei Panzer mit einer Zusatzschottung am Turm wurden auf beiden Seiten der Geschützblinde einen halben Meter hohe Bleche angebracht, die dem Panzer ein bizarres Aussehen verliehen. Insgesamt wurden während der Verteidigung 42 Panzer so aufgewertet. Während der Kämpfe um Odessa kämpften die Panzer BT-7 und BT-5 gegen deutsche Panzerkampf 2, Panzerkampf 3, Panzer 38 T und sogar gegen französische Beutepanzer der Wehrmacht, die bei der 4. Rumänischen Armee im Einsatz waren. Am häufigsten wurden Hinterhalte angewandt und unter günstigen Bedingungen auch gegen Angriffe gefahren. Am Ende der Odessa Verteidigung waren es noch 14 einsatzbereite BT-7 Panzer. An der Leningrader Front kämpften einzelne Fahrzeuge bis zur endgültigen Aufhebung der Blockade. Die BT-7 waren die ersten Panzer, die den von den sowjetischen Truppen eroberten Brückenkopf in der Nähe von Nevskaja Dubrovka einnahmen. Am 30. September 1941 überquerten sechs BT-7 Panzer als Teil der 10. Schützenbrigade den Neva-Fluss in der Nähe des Dorfes Otradnoe. Bis die Pioniere eine Überfahrt für die schweren T-34 und KW-Panzer bauten, blieben die BT das einzige mobile Mittel zur Verstärkung der Infanterie auf dem Nevsky-Stückchen Erde. Mehr dazu in meinem Video zu der Große Krieg Leningrad. Auf dem Brückenkopf Oranienbaum nahmen einzelne verbliebene BT-7 Panzer im Bestand des 98. besonderen Panzerregiments an der Generaloffensive der Roten Armee im Januar 1944 teil. Die Reparatur von BT-Panzern im belagerten Leningrad wurde im Reparaturwerk Nr. 27 durchgeführt. Bei der Reparatur wurden Mangels Standard M17T-Motoren auch W2-Diesel-Motoren eingebaut. Die notwendigen Ersatzteile wurden aus den beschädigten und irreparablen T-34-Panzern rausgenommen. Parallel dazu wurde zusätzliche Panzerung auf die Türme und den vorderen Teil des Rumpfes angebracht und manchmal sogar die Seiten verstärkt. Das letzte Kapitel in der fast 15-jährigen Kampfbiografie der BT-Panzer war die manchurische Offensivoperation bei der im August 1945 sowjetische Truppen die japanische Quantung-Armee zerschlugen. Zu Beginn der Operation verfügten die Truppen der ersten Fern-Ost-Front über 474 BT-7-Panzer von denen 377 in gutem Zustand waren. Die Truppen der Baikal-Front verfügten zu diesem Zeitpunkt über 49 BT-5 und 422 BT-7-Panzer verschiedener Modifikationen. Während der Kämpfe zur Befreiung der Manchurei und Koreas gingen nur 10 BT-7-Panzer unwiederbringlich verloren. Der Hauptteil der Panzer fiel aus technischen Gründen aus. 154 BT-5 und BT-7. Weitere 35 BT-7-Panzer wurden vom Artilleriefeuer getroffen, konnten aber repariert werden. Die BT-7-Panzer wurden nicht exportiert und landeten nur als Trophäen in den Armeen anderer Länder. Eine kleine Anzahl von Siebner wurde von den Deutschen hauptsächlich in Polizeieinheiten und der SS auf den besetzten Gebieten der UdSSR eingesetzt. Etwa 20 Maschinen wurden 1941 von den Finnen erbeutet, aber sie wurden nicht lange benutzt. Bereits im Frühjahr 1942 begann ein Programm zu ihrer Modernisierung. Bis Ende des Jahres wurden 18 selbstfahrende Haubitzen mit der Bezeichnung BT-42 hergestellt. Im vergrößerten Turm installierten die Finnen eine englische 114 Millimeter Haubitze mit einer Mündungsbremse. Rumpf und Fahrgestell des BT-7 wurden nicht verändert. Aus den BT-42 wurde ein Bataillon Sturmgeschütze gebildet und eingesetzt bis zum Austritt Finnlands aus dem Krieg im Sommer 1944. BTSW 1937 begann die Entwicklung eines Panzers mit verbessertem Panzerschutz auf Basis des BT-7. Das Ende des Jahres hergestellte Auto erhielt den Namen BT-SW-2 Schildkröte. SW stand für Stalin Voroshilov. Der wichtigste grundlegende Unterschied des neuen Panzers war der gepanzerte Rumpf dessen Platten unter hohen Neigungswinkeln angeordnet waren. Die Karosserie des BTSW-2 hatte fast keine hervorstehenden Teile. Alle oberen, unteren und Eckbleche des Rumpfes waren abnehmbar und mit Bolzen befestigt. Somit war die Maschine trotz zukunftsweisender Form nicht kampffähig, da im Falle einer Kettenbeschädigung die Panzerung jedes Mal demontiert werden müsse, im Fall einer Verdickung der Panzerplatten wäre das für die Besatzung ein unmögliches Unterfangen. Das Motorkühlsystem arbeitete im Gegensatz zum BT-7 in zwei Modi, im Kampf und Marsch Modi. In der Kampfposition wurden die Jalousien vom Fahrersitz hermetisch geschlossen und Luft wurde durch das Netz der hinteren Lufttaschen gesaugt. Auf dem Marsch wurde die Luft durch die seitlich öffnenden Jalousien gesaugt und der Ausgang erfolgte durch die hinteren Jalousien. Der BT-SW-2 Turm hatte keine Nische, daher wurde die Funkstation in den Bug des Rumpfes verlegt, wo sich der Funker befand. Der Rumpf des BT-SW-2 bestand aus gewöhnlichem Stahlblech mit einer Dicke von 10 bis 12 Millimeter. Das Projekt hatte zwei Versionen für die weitere Entwicklung. Die erste sah die Verwendung von Panzerungen mit einer Dicke von 40 55 Millimeter vor, die aus allen Entfernungen vor 45 Millimeter Panzergranaten schützten. Die zweite Version war zum Schutz von 12,7 Millimeter Kugeln ausgelegt und ging von der Verwendung von 20 bis 25 Millimeter dicken Panzerplatten aus. BTSW-2 bestand im Winter 1937 Frühjahr 1938 die Werkstests und wurde dann im Testgelände von einer Kommission erprobt. Insgesamt legte der Panzer 2068 Kilometer zurück. Als Ergebnis wurde das auf dieser Maschine verwendete Panzerung Anordnung Prinzip als durchaus akzeptabel gefunden. Gleichzeitig wurde festgestellt dass das Fahrwerk des BT-7 Panzers unter der Annahme der weiteren Verstärkung der Panzerung des BTSW-2 Panzers und der Erhöhung der Masse auf bis zu 25 Tonnen zu schwach war. Für einen praktischen Test sollte ein Muster des Panzers mit echter Panzerung hergestellt und Beschusstests unterzogen werden. Anfang 1938 wurden alle Arbeiten an diesem Projekt eingestellt und wegen der bereits zuvor erwähnten Verhaftung der Entwickler als sich herausstellte dass die gefertigten BT-7 ein zu schwaches Getriebe aufwiesen. Die erarbeiteten Erkenntnisse wurden jedoch bei der weiteren Entwicklung zum T-34 Panzer berücksichtigt. Weiterentwicklung zum T-34 Anfang 1937 wurde der Auftrag erteilt den BT-7 Panzer in Serie zu starten. BT-7 war eine Weiterentwicklung mit einer Synchronisierung zwischen Rad und Kettenantrieb so dass der Panzer mit nur einer Kette fahren konnte. Er hatte mehrere Lenkachsen ein verbessertes Getriebe bis ab 25 mm verstärkte Panzerung und weitere Vorteile. Die Einführung dieser Maschine hat aber nicht geklappt da die Fertigung komplett mit der laufenden Produktion der Panzer ausgelastet war. Wieder wird die Überlastung der Fertigung zum Hindernis auf dem Weg zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes So wurde am 13 Oktober 1937 ein Auftrag zur Entwicklung des BT-20 Panzers gestellt. Der neue Panzer sollte 25 mm Panzerung eine 76 mm Kanone 5 Fahrrollen je Seite einen Dieselmotor BD-2 auch W2 genannt auch ein Kanonen und Visierstabilisator das sollte alles haben. Ein Prototyp sollte 1939 fertig sein. Da mittlerweile klar war dass die BT-Panzer stark veraltet waren wurde für den neuen Panzer BT-20 extra ein ganzes Konstruktionsbüro geschaffen das nichts anderes tun sollte. Und dann ging es auch weiter. Als man diese Aufgabe der Fabrik die mit der laufenden Fertigung beschäftigt war übertragen wollte dann kam die Fabrik gar nicht dazu weil sie die ganze Zeit neue Panzer produzieren musste und für was anderes keine Ressourcen hatte. Entsprechend der neuen Regelung wurden die neuen Panzer nicht mehr BT sondern A bezeichnet wobei A für Armee stand. Das neue Konstruktionsbüro hat jetzt zwei Projekte vorbereitet einmal A20 ein Panzer der ähnlich dem BT Panzer Rad Kettenantrieb hatte und einmal der A32 der nun reinen Kettenantrieb hatte. Durch die Vorgabe des Radantriebs war die größtmögliche Masse der Maschine stark eingeschränkt. Das Fahrwerk musste als Rad auch die Masse des Panzers tragen und das schränkte eben die maximal mögliche Panzermasse ein und wenn man sagte wir verzichten auf Radantrieb und machen reinen Kettenantrieb dann konnte man die Panzerung verdicken und weitere Sachen verbessern. Hatten die Konstrukteure mehr Spielraum dass die Linkachsen nicht integrieren mussten die Ausführung als reiner Kettenpanzer eröffnete für den Panzerschutz ganz neue Möglichkeiten. Der Radkettenpanzer A20 hatte einen vollständig geschweißten Rumpf die Dicke der Platten variierte von 10 bis 20 Millimeter am Turm 25 Millimeter wobei die obere Frontplatte in einem Winkel von 53 Grad angeordnet war. Der Turm war nun etwas größer. Als Waffe blieb die 45 Millimeter Kanone In der Wanne war jetzt auch ein Mg neben dem Fahrer drin. Die Ketten wurden breiter. Die Masse wuchs bis auf 18 Tonnen an. Dagegen konnte der zweite Prototyp A32 nur auf Ketten fahren. Das Laufwerk hatte fünf Laufrollen je Seite. Da die Notwendigkeit das Gewicht auf Rädern zu tragen entfiel wurden Reserven frei. Die Panzerung konnte bis auf 30 Millimeter verstärkt werden. Auch die Bewaffnung wurde leistungsgesteigert. Es konnte jetzt die 76 Millimeter Kanone mit der Bezeichnung L10 verbaut werden. Die Masse wuchs nochmal an bis auf 19 Tonnen. Es entfiel das komplexe Lenkgestänge und das Getriebe für Radantrieb. Beide Projekte wurden beim ersten Militärrad vorgestellt und die Maschine mit Radkettenantrieb gewann mehr Sympathien, da die Fahrt auf Rädern günstigere Betriebskosten ermöglichte, weniger Spritverbrauch, höhere Reichweite, keine Kettenabnutzung. Jedoch schlug Stalin vor, von jedem der Projekte einen Prototyp zu bauen und zu erproben und sich erst dann für einen zu entscheiden. Im Mai 1939 waren beide Prototypen fertig. Nach den Erprobungen wurde jedoch festgestellt, dass der reine Kettenpanzer A32 Reserven zur weiteren Vergrößerung der Panzerungsdicke hat. Es wurde vorgeschlagen, dem A32 Panzer eine noch stärkere 45 Millimeter Panzerung zu verpassen. Es wurden zwei Maschinen mit 45 Millimeter Panzerung gebaut, die die Bezeichnung A34 erhielten. Die Montage war im Februar 1940 abgeschlossen. Im März sollten die Maschinen der Regierung vorgestellt werden. Bis dahin mussten die Panzer erst eine Teststrecke von 2000 Kilometer durchlaufen, bevor das Modell in den Dienst gestellt werden konnte. Doch bei den Testläufen lief es nicht ganz glatt. Die Motoren haben mehrmals den Geist aufgegeben und mussten lange Zeit in der Reparatur Werkstatt stehen. Viel Zeit ging verloren. Es wurde klar, dass die 2000 Kilometer bis März die Teststrecke, die gefahren werden muss, um eine Zulassung zu der Vorstellung zu erhalten, zu der Regierungsvorstellung. Es wurde klar, dass diese 2000 Kilometer nicht zu schaffen sind und die Maschinen zur Präsentation in Moskau nicht zugelassen werden. Da kam die Idee auf, die Panzer selbstständig von Kharkov nach Moskau zu überführen und so die fehlenden Kilometer zusammen zu kriegen. Chef Konstrukteur Michael Koschkin hatte diese Überführung geleitet. Sie startete am Morgen des 5. März. Der Konvoi bestand aus zwei A-34 Panzern und zwei Zugmaschinen Voroschulovic. Eine der Zugmaschinen wurde zum Wohnmobil umgebaut und die andere hatte einen Laderaum vollgestopft mit Ersatzteilen. Koschkin erkältete sich stark bei der Überführung. Da die Maschine bei Überquerung eines Flusses durch Eisbrach musste rausgezogen werden, Koschkin steuerte die Maschine selbst im Moment und er wurde also nass und erkältete sich eine Lungenentzündung dabei. Er starb später an den Folgen dieser Erkältung aber den Lauf hatte noch beendet. Die Panzer kamen am 17. März in Moskau an und gefielen der Führung der UdSSR. Nach der Vorführung in Kreml wurden Beschusstests in Kubinka durchgeführt. Am 31. März wurde der Beschluss unterschrieben zur Serienfertigung der A34 die dabei in T34 umbenannt wurden. T steht dabei für Tank also Panzer. Jedoch entgegen der heute oft zu treffenden Meinung war der T34 damals nicht ideal und auch nicht unverwundbar. Denn Sowjets war das damals auch klar. Denn es wurden zwei Panzerkampfwagen 3 Ausführung G aus Deutschland nach der Unterzeichnung des Nichtangriffspakts zwischen Molotow und Ribbentrop auch Hitler Stalin Pakt genannt gekauft und auf das Kubinka Trainingsgelände geliefert. Die Vergleichsergebnisse waren für das sowjetische Kampffahrzeug enttäuschend. Der T34 war dem Panzerkampfwagen 3 in Bezug auf Bewaffnung und Panzerschutz überlegen, aber in einer Reihe anderer Indikatoren unterlegen. Der Panzer 3 hatte einen Drei-Mann-Turm, der recht angenehme Bedingungen für die Arbeit der Besatzungsmitglieder bot. Es bot eine hervorragende Sicht, alle Besatzungsmitglieder hatten Anschlüsse zur internen Sprechanlage. Im T34 Turm konnten kaum zwei Panzersoldaten untergebracht werden, von denen einer nicht nur als Richtschütze, sondern auch als Panzerkommandant und in einigen Fällen sogar als Kommandant der ganzen Einheit diente. Nur zwei der vier Besatzungsmitglieder waren mit interner Sprechanlage ausgestattet, der Panzerkommandant und der Fahrer. Das deutsche Fahrzeug übertraf den T34 in Bezug auf Laufruhe stellte sich als weniger laut heraus. Bei Höchstgeschwindigkeit war der Panzer 3 aus 150 bis 200 Meter höher und der T34 aus 450 bis 500 Metern. Überraschend war auch die Überlegenheit des Deutschen bei der Höchstgeschwindigkeit. Der Panzerkampfwagen 3 erreichte 69,7 kmh im Test. Der T34 dagegen kam nicht über die 48,2 kmh hinaus. Und sogar der BT7 mit Radantrieb, der es dem Deutschen zeigen sollte, erreichte in diesem Test nur 68,1 kmh. Später stellte sich jedoch heraus, dass für den deutschen Panzer war diese Höchstgeschwindigkeit nicht empfohlen. Er erreichte sie zwar, aber dabei führte das Halten dieser Geschwindigkeit auf Dauer zu mehreren Beschädigungen beim Fahrer gestellt. Es wurden die Gummibandagen zerstört und weitere Probleme kamen dazu. Der Testbericht verwies auch auf die bessere Federung des deutschen Panzers, die hohe Qualität der optischen Instrumente, bequeme Platzierung der Munition und des Funkgerätes im Panzerinneren, den zuverlässigen Motor und das Getriebe. So wurde klar, dass es beim T-34 Verbesserungsbedarf gab. Es wurde die Forderung gestellt, eine verbesserte Variante des Panzers zu entwickeln, T-34M genannt, wobei das M für modernisiert stand. Das Fahrwerk sollte verbessert werden, die Federung sollte von Christi auf Drehstabfederung umgestellt werden. Der Turm sollte vergrößert werden und eine Kommandeurskuppel erhalten. Es sollte eine Höchstgeschwindigkeit von 65 kmh erreicht werden können, wofür der Motor auf 600 PS leistungsgesteigert werden sollte. Es gab bereits Modellentwürfe, jedoch wurden diese Pläne mit dem deutschen Überfall auf die UdSSR verworfen. Aber der T-34 sollte trotzdem in Serie gebaut werden, da die Armee dringend neue Panzer brauchte. Der vorhandene Fuhrpark der Panzer kam bereits sehr stark in die Jahre. Am 15. September 1940 rollten die ersten drei Serienmaschinen aus der Fabrik. Doch wurde nahezu jeder neu gebaute Panzer von der Truppe abgelehnt und zur Nachbearbeitung zur Fabrik zurückgeschickt. Auch der Motor machte Probleme. Die Herstellung der L-11 Kanone mit 30 Kaliberlängen wurde 1939 eingestellt. Insgesamt wurden ca. 400 Panzer mit dieser Kanone gebaut. Die weiteren Modelle bekamen die stärkere F-34 Kanone mit 32 Kaliberlängen. Ein Teil der früheren T-34 Modelle bekamen Benzinmotoren M17 die auch schon bei den BT-7 Panzern zum Einsatz kamen. So das war's Freunde vielen Dank fürs Zuschauen es geht in der nächsten Folge weiter wie gesagt wie gehabt brauche ich für euch einen Daumen hoch dafür bei dieser Folge 750 an der Zahl waren es beim letzten Mal das behalten wir auch diesmal und dann fange ich mit der nächsten Folge an zu arbeiten sonst macht es keinen Sinn also denkt dran ich geile mich auf eure Daumen hoch nicht auf sondern es ist Anzeichen von eurer Seite wie weit ihr Interesse habt an der Fortsetzung dieser Serie sollte ich da weiter arbeiten oder nicht wenn es zu viele hoch oder zu wenige Daumen hoch oder zu viele Daumen runter gibt es halt keine Fortsetzung dann mache ich etwas anderes was vielleicht auf mehr Interesse bei euch stoßt und deswegen brauche ich dieses Zeichen also wie gesagt danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Adios auf 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 dierre